Hey, ich sitze hier auf einem goldenen Deckel, der an einem Ständer hängt und vor komischen verschiedenen großen Tonnen. Oh, da kommt jemand. Mal gucken, was passiert. Hey, was war das denn? Was ist das denn für ein Instrument? Na ja, ich habe draufgeschlagen, dann würde ich sagen, es ist ein Schlagzeug. Ein Zeug zum Schlagen. Natürlich. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Du hast ja unglaublich schnell und laut gespielt. Stimmt. Aber du kannst bestimmt nicht leise spielen. Also leise hättest du es gerne, Kiko. Leise genug? Oh ja, das war jetzt leise. Ja, das ist. Geht auch. Du spielst ja auch mit Händen und Füßen. Ja, tatsächlich. Das, was du hier siehst, das Schlagzeug, das Drumset an sich, darf man auch mit den Füßen bedienen. Und dadurch kann ich schon mal hier einen Rhythmus machen. Ja. Und die Hände dazu nehmen. Eine Hand. Und gleich kommt die zweite Hand dazu. Okay, cool, Kat. Was du hier siehst, ist auch zum leise spielen in dem Besen. Das ist eine ganz andere Art zu spielen. Wow! Ja, Jazz. Leiser. Auch mit den goldenen Tellern sehr viel gespielt. Auch mit den Trommeln. Aber hauptsächlich bei den Besen wird viel getroht. In der Mitte vom Schlagzeug. Also, das war's mit dem Schlagzeug. Ja, ich würd sagen, lassen wir uns doch noch mal das von den goldenen Tellern schmenken. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ha, ha. Uh-ha. Ha, ha, ha.